Unglaublich, dass dieser neue offene Bluetooth Kopfhörer 2023 den Sound of Berlin in ihre Ohren bringen kann. Es nutzt die 3D-Stereo-Richtungs-Klangübertragungstechnologie, die den Klangverlust frei übertragen kann, so dass Sie jederzeit und überall High Definition Klangqualität genießen können. Offenes Ohrdesign. 90 Grad, frei einstellbar. Bequem wie Luft. Und Sie können es nicht loswerden. Nicht in den Gehörgang. Auch wenn der Sport laufen kann auch Ihre Ohren frei atmen lassen. Hautfreundliches. Weiches Silikonmaterial. Tragen Sie den ganzen Tag. Ohne Ihre Ohren zu ermüden. Abgradet 5.3 Bluetooth-Chip. Eine Sekunde. Um mit allen Arten von Handys zu verbinden. Doppelklick zum Umschalten der Musik. Sehr praktisch beim Autofahren oder beim Sport. Intelligente Rauschunterdrückung. Ultrahidreiger Energieverbrauch. Egal ob es sich um ein Geschäftstreffen oder eine Fernreise handelt. Eine Ladung kann 30 Tage lang verwendet werden. Grad 7 wasserdicht und schweißfest. Sturzsicher und langlebig. Jetzt die Marke speichern Aktivitäten. Nur 200 Stück links. Wie Freunde beeilen, um es zu packen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017